. 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 So, 20 Std. Noch ein bisschen mehr. Das heisst, ich muss ihm helfen. Also, ich muss ihm helfen. So ist gut, ja? Ja, ich muss mir einen Scheiss-Visker gehen. Ich trage gerade zwei Pollen. Wieso gibt es die nicht mehr im Coop? Ich weiss es nicht. Sie lassen doch das Angebot auslaufen, weil sie den Scheiss-Cop zumachen. Ja. Da siehst du noch ein paar Schlotter. Weil sie vergessen, am Sonntag zu posten und irgendwo in einen anderen Coop. Ja. Ja, weil das Sonntag ist ein Coop, den ich kenne, den wir am Sonntag offen haben. Das sind die Teile, die du verteilst? Ja, die Unterseiten. Jetzt muss ich mir das Gegenteil vorzeigen. Ich nehme eine Chance. Jetzt. Der Mann gibt es jetzt um 20 Gramm. Das ist eine gute Fotofischerei. Geil. Leine. Okay. Ich nehme einen Punkt.